Musik Also Leute, wir kriegen das schon noch in den Griff. Das war immer die Probe, das ist nämlich unheimlich toll. Wir haben eine lange Probe gehabt, 14 Uhr haben wir angefangen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, dass hier ein alter Opa auf der Bühne steht. Der Opa ist der Prof. Der Prof von der Musik an der Uni in Flensburg. Und die Leute, die hier spielen, sind bis zum Schluss, fast bis zum Schluss, alle Studenten von der Uni in Flensburg. Und ich würde mal sagen, die kommen jetzt gleich hier rauf. Ich begrüße Sie mal. Als erstes kommen die Förderkatzen. So, Jungs, ganz stark, Mann, einen großen Auftritt jetzt. Hau rein, Moritz. Und alle Gruppen wollen bei uns den Bachelor machen und wollen später mal Musiklehrer werden. Stell dir vor, das sind die Musiklehrer an den Schulen. Solche Leute sind die Musiklehrer. Wir werden noch ein bisschen mehr haben. Ihr habt gesehen auf dem Programm, dass ein paar Leute fehlen, die auf dem Plakate gesehen haben. Die zweite Gruppe haben sich der Pianist, die hat kaputt gemacht, hat sich der Sehenschein und Filo-Komödie. Die zweite Gruppe haben sich die Viteristen mit der Sehenschein und die Komödie. Die zweite Gruppe haben sich die Viteristen mit der Sehenschein und Filo-Komödie. Ja, schönen guten Abend. Ja, das ist ein Name. Ja, wir sind die Förderkatzen. Und wir wollen euch heute ein bisschen Einleitung geben auf die Illegal 2001 später. Wir werden heute nur Lieder coveren, sind aber ausdrücklich keine Coverband. Haben nur noch nichts eigenes. Deswegen coveren wir heute nur. Ja, und zwar Songs, die uns irgendwie gefallen, inspiriert haben. Und wir wollen starten mit einer Nummer von Lifehouse Somewhere in the Crew. Das憲า게 gì? Nein, nein, nein. Warum? Das wäre das? Ja, sowas hier war. Ach. Come on! Musik 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 sist Musik Chef Musik А Vielen Dank. 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 Vielen Dank.